Musik Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu den Stöpselkopf News Nummer 43 Und es ist ja jetzt in der letzten Woche so unfassbar viel passiert Dass ich das Ganze ein bisschen komprimieren musste Und zum Teil musste ich auch ein bisschen was rauslassen Aber was das konkret in dieser Woche für euch heißt Das werdet ihr glaube ich auch die Tage sehen Aber nichtsdestotrotz fangen wir gleich mit dem Thema Nummer 1 an Was ich, ich weiß es gerade nicht mehr so genau Am Sonntag, wo ich die News aufgezeichnet habe Oder wo sie erschienen sind, ereignet hat Ist ja auch eigentlich egal Und zwar habe ich da wieder mal eine E-Mail bekommen Zum Thema Betreff Amazon Wunschliste Und das ist jetzt über die Zeit relativ häufig vorgekommen Dass mir irgendjemand schreibt, dass er mir etwas kaufen möchte von dieser Liste Und es aber nicht funktioniert Und zwar Grundgeschichte dazu Manche Sachen sind ganz einfach noch seit Anbeginn der Wunschliste noch drin Und da hat sich natürlich die Option irgendwie, naja, verändert Dass man das halt nicht mehr als Geschenk rausschicken kann Oder dass sich der Anbieter geändert hat Und so viele Sachen, die halt wirklich dazu geführt haben, dass man das nicht mehr als Geschenk verschicken konnte Und da habe ich mich tatsächlich eine bestimmte Stunde oder zweimal rangesetzt Und jetzt mal an dieser Amazon Wunschliste ein bisschen zu arbeiten Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwelches wirkliches Zeug dort reingepackt habe Es sind halt tatsächlich auch Sachen, die ich irgendwie mal brauche Schönes Thema war zum Beispiel auch vor einer Woche oder so Das Thema Bleistifte war auch so ein Thema In der Amazon Wunschliste, da war so ein Hunderter-Paket, glaube ich, drin Die man auch nicht mehr kaufen konnte als Geschenk Und jetzt musste ich ganz einfach ein anderes Paket nehmen Das sind dann, glaube ich, 50 Stück drin oder so Also es sind natürlich schon wirklich Sachen, die man halt auch immer wieder mal braucht Lineale Bleistifte, wie schon gezeigt Was waren denn? Ader-Endhösen Und solche Sachen, die man halt wirklich für den täglichen Bedarf hier irgendwie mal braucht Und es sind jetzt nicht Sachen drin, wo ich sage, das wäre schön, wenn ich die haben würde Also es sind schon wirklich Sachen, wo ich auch sage, die brauche ich Könnte ich natürlich auch gut verwenden Und natürlich dann auch ein bisschen, naja, effektiver arbeiten Und daher habe ich mir natürlich schon die Mühe gemacht Natürlich auch nur Sachen reinzupacken, die ich auch wirklich brauche Und natürlich sind auch nur Sachen unter 13 Euro dabei Also das war auch letzte Woche auch ein Thema Dass natürlich da immer man gezwungen ist, natürlich mehr zu kaufen Um natürlich sich die Versandkosten zu sparen Aber das ist natürlich, hm, was, etwas, was ich nicht ändern kann Bei Amazon gehört mir leider noch nicht Ne, wird mir, glaube ich, auch nie gehören Aber, wie gesagt, alles so unter 13 Euro ist natürlich dabei So, wenn ihr irgendetwas kaufen möchtet bei Amazon Dass ihr das dann ganz einfach zusätzlich mit reinpackt Dass das natürlich dann auch versandkostenfrei mit reingeht So, nächstes Thema ist auch ein großes, 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 großes Thema geworden Und zwar, ich hole es mal ganz schnell Es sind nämlich letzte Woche einige Diskussionen entfacht wurden Zum Thema Stöpselkopf-Fanshirt Und das habe ich jetzt als allererstes mal hier Also das ist die erste Charge, beziehungsweise die erste Variation, die dazu rausgeht Also da habt ihr hier auf der Brust das Stöpselkopf-Logo Auch mit Stöpselkopf-Schriftzug Das gab es bei dem alten ja nicht Da gab es ja nur dieses große Logo, wie ich es jetzt auch anhabe Was jetzt auf die Rückseite gewandert ist Also wie ich finde, eigentlich dennoch ein sehr geiles T-Shirt Und da haben sich halt viele gestritten Aha, das ist dann ja wieder ein blaues T-Shirt Und ach, da ist ein großes Logo und ein kleines Logo drauf Ja, man kann es natürlich nicht jedem recht machen Aber wo ihr da definitiv recht hattet Wenn es dieses T-Shirt dann irgendwann mal natürlich für euch gibt Dann gibt es das natürlich auch in unterschiedlichen Farben Also bei den anderen T-Shirts habe ich mich da schon so fest drauf festgelegt Dass es natürlich blaue T-Shirts sind Gerade nämlich, weil es das T-Shirt ist, was ihr nun mal relativ häufig seht Beziehungsweise eigentlich in jedem Projekt Und daher sollte es natürlich auch blau sein Und jetzt aufgrund dessen natürlich, dass jetzt dieses Fanshirt so in dieser Variation da ist Gibt es natürlich so diese Shirts, wie ich sie anhabe Natürlich für euch dann erstmal nicht mehr Es könnte natürlich sein, dass dann zu diesem und jenem Special natürlich dieses T-Shirt nochmal auftaucht Oder dass ich euch die Wahl gebe zwischen dem und dem anderen Also das müssen wir jetzt gerade mal noch schauen Aber grundsätzlich, wenn ich T-Shirts dann verlosen werde Gibt es ganz einfach erstmal das Stöpselkopf-Fanshirt Die nächsten Aktionen, denke ich mal Natürlich das dann auch in unterschiedlichen Farben Ich finde es dennoch eigentlich recht cool So, machen wir aber mal mit den Themen weiter Was mich die letzte Woche am meisten beschäftigt hat Ist natürlich aktuell auch meine Beleuchtung Die ja hier über die Maschinen kommt Und dazu kommt ja jetzt am Mittwoch Kommt ja diese, naja, dieser Halter plus die Kabelführung dafür Und lasst euch aber vorab gesagt sein Es ist ein bisschen was im Studio passiert Gerade nämlich was ja so den Hintergrund angeht Es soll ja danach, wenn ich mich jetzt nicht irre Danach ja schon unmittelbar die Werkzeugwand losgehen Und dafür habe ich mir natürlich schon ursprünglich gedacht Dass dieses Regal, was die ganze Zeit im Hintergrund stand Natürlich weichen muss Jetzt nicht nur damit ich an die Wand rankomme Sondern dass nämlich die ganzen Sachen, die in diesem Regal stehen Natürlich auch an diese Wand kommen Ist ein schönes Thema Gerade nämlich für solche Sachen, die ich, naja Soll ich das mal in jedem Projekt verwende? Wie diesen Cluebot, den ich zum Beispiel jetzt richtig lieben gelernt habe Und genauso natürlich den Leimspender Die brauche ich für fast jedes Projekt Und da gehören sie natürlich auch mit an diese Wand Was natürlich sich vorher in diesem Regal bewunden hat Und daher habe ich mir jetzt schon gesagt Man muss sich das Regal erstmal leer räumen Um zu schauen, was alles an diese Wand gehört Messschieber, Lineale, Bleistifte und so weiter und so weiter Und daher muss ich natürlich auch vorab Natürlich das Regal erstmal leer räumen Um so eine Bestandsaufnahme zu machen Was da alles kommen wird Es sind ja etliche Halter, die wir bauen werden Und natürlich auch Folge für Folge jeweils einen Halter bauen Und wie sich das Ganze dann sendeplan-technisch Dann natürlich arrangieren wird Müssen wir dann eh erstmal schauen Wenn es soweit ist Nächstes Thema ist dann auch Dass ich das natürlich auch nicht gedreht habe Also was ich hier im Hintergrund dann alles umgeräumt habe Ich habe mir dann auch gesagt Ja, das wird dann zu blöd Zum einen natürlich, dass ich die Kamera allgemein auch Woanders hinstellen musste Um natürlich dieses Regal zu verstellen Und daher habe ich mir auch gesagt Naja, lass einfach mal die Kamera aus War in diesem Punkt natürlich auch mal schön Um so ganz bequem dann mal einfach Step by Step das Ganze zu machen Jetzt nicht alles wirklich so akkurat schnell machen zu müssen Dass natürlich auch der Akku reicht Und, und, und Also daher war das auch mal In diesem Punkt natürlich schön Und das seht ihr natürlich dann auch Am Mittwoch in dem Projekt schon Quasi was sich im Hintergrund alles so getan hat Also lasst euch an dieser Stelle gesagt sein Da könnt ihr natürlich dann mal reinschauen Wenn ihr dann natürlich so neugierig seid Was sich da alles getan hat So, nächstes und letztes Thema ist Etwas, was sich am Samstag jetzt erst zugetragen hat Und zwar habe ich etwas auf Instagram gepostet Wo natürlich viele dann erstmal die Frage gestellt haben Warum? Und ich zeige euch nochmal kurz das Foto dazu Und da kam natürlich die berechtigte Frage auf Was habe ich denn mit den Fivepacks zu tun? Und zwar, ich habe es natürlich auch bewusst so gepostet Natürlich auch mit Link zu der frischen Instagram-Seite Von den Fivepacks Und viele haben aber auch den Weg natürlich Zu YouTube gefunden Um natürlich dort deren Kanal auch noch zu abonnieren Also an diejenigen schon mal ein herzliches Dankeschön Und Daumen hoch Und da haben sich natürlich die Jungs natürlich Tierisch drüber gefreut Bis vor einigen Tagen waren das glaube ich 60 Abonnenten Und so haben sie jetzt in dem Wochenende Natürlich auch schon mal ein paar Abonnenten mehr bekommen Es ist halt eine Tanzgruppe Die eigentlich mehr oder weniger nur für Stimmung sorgen möchte Mit ihrer Tanzperformance und wie auch immer Einfach allgemein ein bisschen Spaß haben Und das machen sie ja auch relativ gekonnt Ja, kann man schon so sagen Gekonnt Und irgendwann hatte ich sie mir dann halt zur Aufgabe gemacht Deren Videos von ihren Auftritten Die natürlich mehr oder weniger nur auf den Handys der Zuschauer vorhanden waren Natürlich alle mal zu sammeln Und das Ganze natürlich zu bearbeiten Zusammenzuschneiden und ein bisschen hübsch zu machen Und das natürlich dann auf YouTube hochzuladen Das ist mit dem ersten Video auch so geschehen Dann kam auch schon das zweite Video, wo ich dann auch persönlich noch vor Ort war Und das natürlich dann auch gleich gedroht alles selber in die Hand nehmen konnte Und so kam das dann so nach und nach zustande, dass wir da so ein bisschen Na ja, so ein Geben und Nehmen haben Und so gerade wo das Thema T-Shirts aufkam und ich natürlich auch so die gewissen Connections zu T-Shirts habe Haben wir dann ganz einfach gesagt, machen wir dann ganz einfach ein Five-Packs-T-Shirt Wo natürlich die Sponsoren dann gleich mit drauf kommen In dem Fall natürlich auch der Stöpselkopf Und das musste natürlich dann auch auf einem Foto natürlich festgehalten werden Und wenn man natürlich schon so ein Foto hat, dann möchte man das natürlich auch posten Gerade auch, weil es ja in gewisser Weise Werbung für mich und für sie ist Und für diejenigen, die jetzt natürlich sich auch fragen Wie komme ich dazu zu den Five-Packs? Ihr findet natürlich, wie gesagt, unten nochmal in der Videobeschreibung Den passenden Link dazu Für diejenigen, die natürlich auch den Kanal abonnieren möchten Können das natürlich tun Das ist natürlich kostenlos Und es gibt da jetzt nicht relativ häufig neue Videos Aber es gibt natürlich schon in gewissen Abständen, denke ich, doch auch mal neue Videos Je nachdem, wie viele Auftritte sie hatten Was sie jetzt gerade für neue Performance trainieren und so weiter Ich denke, da wird sich doch über die Zeit natürlich dann auch noch ein bisschen was auf dem Kanal tun Und damit kommen wir dann auch zum letzten Thema Was so indirekt noch ein bisschen mit den Five-Packs zu tun hat Obwohl so ein bisschen ist jetzt auch untertrieben Und zwar, ich hatte da auch vor schon gar nicht so langer Zeit natürlich auch mal das Thema angesprochen So mit Gästen natürlich bei Stöpselkopf Dass man da jetzt nicht unbedingt nur etwas baut Sondern vielleicht vielmehr etwas ausprobiert, was man gebaut hat Und da habe ich mir natürlich dann auch mal schon Gedanken gemacht Wie ich das natürlich mit den Five-Packs verbinden könnte Und natürlich dann habe ich auch mal geschaut Was habe ich so an Spielen mal kreiert Jetzt der Stöpsel ärgere dich nicht Wäre jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen Aber ich habe mir natürlich dann schon ein Projekt rausgesucht Was gut passen würde Und ich glaube, dieses Spiel hat jeder Stöpselkopf-Zuschauer mindestens schon einmal gesehen Ich verlinke euch auch gerade nochmal das Video dazu Und zwar ist das ja das Bierbrömpel-Spiel Und ich möchte mich jetzt gar nicht unbedingt jetzt versteifen auf dieses Spiel Es geht mir vielmehr erstmal so um den Grundgedanke davon Und zwar, ob ihr das natürlich sehen möchtet Also Stöpselkopf featuring Five-Packs oder was weiß ich jetzt auch Whatever Mit irgendwelchen Zuschauern, wo wir dann ganz einfach diese Sachen spielen Jetzt ist natürlich die Frage, ob ihr jetzt die Five-Packs mal bei Stöpselkopf sehen wollt Wir reden jetzt hier nicht von irgendeiner Tanz-Performance oder so Dass wir ganz einfach jetzt talken und natürlich dieses Spiel zocken Ist jetzt Ast rein Das ist erstmal die grundlegende Frage, ob ihr das sehen möchtet Und stimmt dazu ganz einfach mal an dieser Stelle ab Ob ja, wir sollen das mal spielen Oder nein, lasst mal lieber das Ganze sein Das war ein Reim, den finde ich fein Und damit wäre ich dann auch erstmal mit meinen Themen für diese Woche durch Es sind ja diese Woche relativ viele Projekte am Start Und natürlich auch Bauberichte sehe ich gerade mal so Aber lasst euch ganz einfach mal überraschen, was da so auf euch zukommt Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen Wir sehen uns selbstverständlich zu den nächsten Stöpselkopf-News wieder Ansonsten zum nächsten Stöpselkopf-Video Oder Videos Die Woche Macht's euch gut, bis denn Ciao Ciao Woo 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 Vielen Dank.